Berlinerinnen und Berliner Ich bitte die Versammelten, hört zu und reagiert dann. Hört zu. Ich will es noch einmal deutlich sagen. Vielen Dank und nach diesen vier Reden bitte ich um einen herzlichen Applaus und ein herzliches Willkommen für den Bundesminister für Finanzen, Herr Christian Lindner. Vielen Dank. Liebe Berufskolleginnen und Berufskollegen. Herr Bundesfinanzminister ist hier und es gebührt der Respekt ihm zuzuhören. Es macht keinen Sinn, wenn Sie nur ausbuhen. Zur Demokratie gehört die Diskussion und da gehört es zuhören. Ich bitte Sie, hören Sie zu. Sie können ja danach verreden. Je nachdem, was er sagt, Ihren Unmut zum Ausdruck bringen. Aber jetzt bitte ich und fordere Sie auf, ruhiger zu sein. Vielen Dank, Herr Ruckwitz. Ich habe Verständnis für Protest.